Alle vier Paare haben sich gut präsentiert. Heute sind nur noch die zehn besten Mannschaften über. Das heißt, erfahrungsgemäß, der Parcours wird schwerer, es wird mehr Abwürfe geben. Wir müssen einfach einen Abwurf weniger haben wie die Konkurrenz und dann reicht es immer noch für die Goldmedaille. In der Tat ist es so, wir müssen auf Fehler warten. Aber wie schon gesagt, ich bin guter Dinge. Unsere Truppe ist gut drauf, haben sich hier gut gezeigt und wir sind bereit.